Ich muss hier rein, ich weiß. Hier rein. Hallo. Da rein? Ja. Hallo, ich suche 112. Ich komme hier mit dem Laden nicht klar. Nein. Nein. M-m. Da war ich da schon drin? Wo bin ich? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin auf der falschen Seite. Warte mal. Das hier ist... Warte mal, ich muss auf die ganz andere Seite, ne? Okay, warte mal. Nein, geh auf. Ich muss hier lang, ne? Hä? Nee. What the fuck? Ich bin verwirrt. Nee. Hä? What the fuck? Warte mal. Ich bin hier. Das heißt, ich gehe hier raus. Da lang. Ah, okay. Upsi. Ich bin verwirrt. Okay, lasst mich. Ich darf das. Ah, fuck. Hier rein. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Bitte keine Geduld verlieren. Dann. Hier rein. 108. 108. Hört auf mit den Schritten. 109. Was ist das hier? Die Toilette. Mhm. Finden wir hier irgendwas? Alles ignoriert, alles ignoriert. Okay. Und hier drin? Hier haben wir noch mehr von einem Badezimmer. Was ist passiert? Die Tür. Oh Gott, ich bin hier eingesperrt. Oh nein. Oh oh. Das ist aber jetzt... Was passiert hier gerade? Ähm... Oh Gott, hi. Na? Danke. 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 Was ist hier los? Oh mein Gott. Ich will hier nirgends vor allem gesperrt sein. Ich dachte, kommt irgendwann viel. Das tötet mich jetzt. Habe ich gerade wirklich gedacht. Shit. Gemeindes Spiel. Das ist so ein gemeindes Spiel. Okay, ich finde hier nichts. Und hier finde ich so jetzt auch nichts. Okay. Dann können wir wieder rausgehen. Und, ähm, weitersuchen. 110. Wir sind... Wir kommen auf... Zur richtigen Spur. Und... 111 bis 14. Ähm... Da. Was? Was? Ich werde hier nicht rauskommen? Was willst du von mir? What the fuck? Okay. Hi. Hi. Hallo? Lass mich in Ruhe. Aufgepasst. Drogen. Hast du denn richtiges gesehen? Nehmen Sie Drogen. Moment. Sehen anything suspicious lately? Other than the lockdown, I mean. I saw that booth babe run out of 104. She was heading for the courtyard. But then I lost her. Someone chasing after her? Eh, maybe. The surveillance cameras have blind spots. If you know where they are, you can hide in plain sight. Ja. Drogen. Okay, smartass. Tell me. Why am I still standing here? Okay, slimeball. You found Amir's little stash and the fucktard used our names on the merch. Ja. Oder so benutzen man. Oh, 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 busted. Let's call for backup. Oh, wait. You tried that already? Aha, lustig. Komischer Typ, ne? Geh mir mal die Sachen durch. Ähm, da. Wo ist mein... Da. Oh, it's so... Oh, that's so... Oh, it's so... Oh, it's so... Die Sache ist noch nicht erledigt. Ah, das ist lustig. Aua. Irgendwie habe ich ein Problem. Gott, meine Augen sind schon wieder. Ich weiß nicht, ich bin gestört, glaube ich. Aua. Ich habe schon wieder, dass ich verschwommen sehe. Mache Wohnungen, genau, ausfindig. Mein geringer Nachbarn, auch hier. Ich bin der Besitzer vom Kellerabteil 28. Das laute Kellerabteil ist verschlossen. Ohne einen Code habe ich keine Chance. Okay. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt... 210, glaube ich. Ja, komm, wir haben das jetzt gemacht. Wir haben mit ihm geredet. Kann ich jetzt eigentlich auch hoch? 210. 210. Das sieht gut aus. Guten Tag. Was ist das? Sieht ganz, ganz komisch aus, lieber Leute. Ganz, ganz komisch. Okay. Hier ist die Küche. Nee, warte, wo sind wir jetzt? Doch, hier ist die Küche. Na ja, ernst. Okay. Ach, mein Auge. Es tut mir gerade so leid. Ich weiß nicht, was ich schon wieder habe. Und immer in Aufnahmen, wisst ihr, das ist echt schlimm. Was? Jetzt kommt da Essen raus? Okay, warte, ich will was ganz cooles. Nein. Pigus. Ih, das ist ekelhaft. Oh, ich kann so viel essen, wie ich will. Das ist, ja, super. Toll. Das freut mich total. Ist hier irgendwo ein Kopf drin, ne? Und wieder ein bisschen was passiert. Da ein Kopf. Und da... Da ist was. Akadios Jakubik. Cool. Das ist toll, dass ich die Sachen sammeln kann. Das ist was Schönes. Äh, nein, das hier. Äh, haben wir hier irgendwas? Weiß ich so... Da ist was. Was ist das? Medizinischer Inhalator. Okay. Ist noch irgendwas hier? Das ist das Herzklopfen. Wobei, Geflüster und so ein Scheiß. Macht einen schon ein bisschen verrückt, ne? Ist noch ein Kühlschrank. Und ein Badezimmer. Kaivin ist... Problem, not solution. Muss ich euch leider zustimmen? Kaivin ist echt kacke. Ähm... Da ist was. Da ist was. Hä? Da ist was. Ich werde angeschrieben. Ah! Hä? Ist einfach da drüben? Okay. Dann gehe ich halt wieder. Irgendwas auf der anderen Seite war das. Hier ist nichts drin. Nur Scheißgeschirr. Dann werde ich gerade angeschrieben. Und ich kann gerade nicht. Okay. Kann gerade nicht schauen, wer mir geschrieben hat. Vielleicht besser so. Ah, Putzmaterialien. Das ist schön. Und hier kann ich nicht aufmachen. Okay. Ich weiß, ich... Ich weiß, ich müsste gerade was anderes machen. Aber... Nein. Erstmal alles schön hier durchwursten. Durchwursten. Nicht durchwursten. What the fuck? Oh! Hättest gern einen Kaffee. Gibt mir einen Kaffee. Please. Hallo? Wird Mom wieder okay? Wird... Wird sie okay werden? F? Ist hier irgendwas? Hallo? Hallo? Außer die ganzen scheiß Fliegen, die mich nerven. Oder ist was? Nanophage and I. Ähm. Okay, dann gehe ich mal wieder hier raus. Man hört halt ab und zu diese Erinnerung von früher, glaube ich. Ja, er fragt die ganze Zeit, ob man auch mal wieder in Ordnung sein wird. Oh Gott. Äh. Andrew Janicki. Animal Interpreter. Aber der 25 Strange Objects embedded in Cranium Investigate. Okay. Was? Luxusproteinpasten. Maximale Kalorien. Dissenter Geschmack. Preis 25 Credits. Geil. Da ist 10. Komm ich rein? Ich komm rein. Oh, ich dachte gerade, die Jacke wäre jemand. Oh mein Gott. Da liegt Blut. Ähm. Ich suche die Wohnung. Ich habe es in Karnas Wohnung geschafft. Etwas fühlt sich hier komisch an. Ich muss einen Ort durchsuchen. Sollte besser wachsam bleiben. Hä? Oh Gott, ich wollte im Spiel bleiben. Upp. Das ist sehr komisch hier, ja. Und da ist... Das Blut ist weg. What the fuck? Ist das eine alte Erinnerung jetzt? Oder wo bin ich? Ja, ich kann gerade keine Sicht einschalten. Oh, sexy. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall früher. Hey, Sophia. Hallo, guten Tag. Das hat gerade voll gemampft. Gematscht. Ich kann auch auf nichts zugreifen. Oh, hallo, Bilder. Oh Gott. Okay. Das ist Kunst, glaube ich. Okay. Klassische Musik. Das ist doch ganz schön. Okay, what the fuck? Okay, ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Okay. Oh Gott, ein Albtraum. Das ist aber jetzt nicht nett von euch. Lass dich an, das ist schön. Natürlich fängt es auch wieder an, meinen Kopf zu schmerzen. Was ist denn das? Immer, wenn ich aufnehme, ich kann stundenlang zocken und filmen und so. Also, beid ich aufnehmen will, geht gar nichts. Okay, komme ich auch wieder dran vorbei? Ja, sehr gut. Unser Bett. Schön wie immer. Wunderschöne Bilder, wie immer. Oh, ein Maler. Ist schön. Was soll ich denn jetzt hier finden eigentlich? Soll ich was malen? Mach ein Kunstwerk, pass auf. Ich muss es ausmachen, es tut mir leid. Nein, mach es aus, es nervt. Zu hart. Nein, es geht nicht wieder aus. Zieh den Stöpsel. Zieh ihn. Da unten. Oh shit, das geht nicht. Ah. Ich muss hier verschwinden. Kann ich irgendwas tun? Lasst mich hier raus, es ist Horror. Soll ich einfach genervt werden von all dem Grad? Ähm. Ist schön, das Bild. Soll ich irgendwas... Weiß ich nicht. Ich glaube, wir werden jetzt für ewig dieses neppige Geräusche haben. Kein Ranzoom. Bitch. Weiß nicht. Irgendwie könnte ich nichts machen. Glaube ich. Nee. Ich würde so gerne ausmachen. Glaub mir. Was? Ja, irgendwie folgt jemand bei Twitch. Danke. Schade. Eine neue Ereignisse. Großartige Worte. Alguns sagen würden, es geht darum, zu verbessern die Patience und Qualität. Es geht darum, zu denken größer als das. Unsere Ereignisse sollte sein, zu verbessern Menschen. Ein Subjekt, ein Schritt nach diesem Ziel. By Subjekt, wirst du Patience? Oder wirst du clever über meine Angelegenheit von Empathie? Ich glaube, ich will nicht mehr. Lasst mich hier raus. Was? Ah, aber... Was denn... Alter, was ist das? Oh mein Gott. Wow. Verschwindet es! Ah! Was war das für ein Vieh? Ähm, guten Tag. Ich kann dich sehen. Ich kann dich sehen. Du bist da unter dem Sofa. Aber okay. Kann ich jetzt eben wieder ausschalten? Moment, ähm... Moment, ähm... Ich wusste, er ist ja böse. Ich wusste es, dass du da unter bist. Ich hab dich gesehen. Ich weiß nicht, trotzdem nicht so genau, ob ich jetzt einfach weiter drehen soll, oder... Was habt ihr getan? Was ist das? Okay. Darf ich wieder gehen? Machen wir jetzt Party? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gerade hart. 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 Gänsehaut. Oh mein Gott. No, this can't be happening. Tschüss Kopf, du bist weg. Okay. Und das... Ich fühl mich hier gerade nicht wirklich wohl, muss ich leider zugeben. Okay. Ist das okay, oder...? Eieieiei, Leute. Was macht ihr hier nur? Das ist... Das sieht echt nach Horror aus. Ich nehm wieder... Was ist das? What the hell did you do to my wife? Ich frag mich gerade auch, was sie mit deiner Frau gemacht haben. Nein, es ist kaputt. Oh nein. Ähm... Soll ich den jetzt wieder nehmen? Oh, ich will das nicht tun. Soll ich den... Vielen Dank.